Wie lange noch so fragen wir, hat diese Welt Bestand? Denn unsere Herzen sehnen sich so nach dem Heimatland. Das Böse triumphiert und große Ungerechtigkeit erfüllt die ganze Erde, es ist wie zu Noahs Zeit. Nach Haus, nach Haus, wir wollen nach Hause gehen, wir möchten dich, Herr Jesus, in den Wolken kommen sehen. Und bald, schon bald, wird Hoffnung Wirklichkeit. Wir möchten dir begegnen, bitte mach uns herbereit. Auch wir wollen an der Arche bauen, Gemeinde Gottes sein, vertrauend in die Zukunft schauen, wir sind nicht allein. Die Liebe Gottes weitergeben, Licht sein in der Nacht. Die Botschaft der drei Engel wird der ganzen Welt gebracht. Nach Haus, nach Haus, wir wollen nach Hause gehen, wir möchten dich, Herr Jesus, in den Wolken kommen sehen. Und bald, schon bald, wird Hoffnung Wirklichkeit. Wir möchten dir begegnen, bitte mach uns herbereit. Denn alles steht geschrieben, damit wir es auch verstehen. Und niemand muss verzweifeln, weil er keine Hoffnung sieht. Nach Haus, nach Haus, wir wollen nach Hause gehen, wir möchten dich, Herr Jesus, in den Wolken kommen sehen. Und bald, schon bald, wird Hoffnung Wirklichkeit. Wir möchten dir begegnen, bitte mach uns herbereit. Nach Haus, nach Haus, wir wollen nach Hause gehen. Wir möchten dich, Herr Jesus, in den Wolken kommen sehen. Und bald, schon bald, wird Hoffnung Wirklichkeit. Wir möchten dir begegnen, bitte mach uns herbereit. Wir möchten dir begegnen, bitte mach uns herbereit. Amen.